Das ist die Insta360 X3 und gleich vorneweg, ich finde es eine geniale Kamera, mit der du super Fotos und auch super Videos machen kannst. Suchst du eine 360 Grad Kamera, finde ich, ist die X3 diejenige, die den Spagat zwischen Preis und Leistung am besten hinkriegt. Falls du die X3 nicht kennst, ich habe es schon gesagt, 360 Grad Kamera hat zwei Linsen, hier und hier, beide mit 180 Grad Blickwinkel. Das heißt, du nimmst immer eine komplette Kugel auf, eine komplette 360 Grad Kugel um die Kamera herum. Ich habe schon einige Videos gemacht, auch zu anderen Kameras von Insta360, die verlinkt ihr hier oben, die ganze Playlist, die sind alle verwandt. Und ich denke, es kommt auch noch einiges auf dem Kanal, deshalb kannst du ruhig abonnieren, denn wie gesagt, ich finde die Kamera eigentlich genial. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Die Blickwinkel, die man mit der Kamera machen kann, sind definitiv die Vorzüge, aber bauartbedingt oder systembedingt oder wie auch immer man das nennen möchte. Gibt es eben auch ein paar Nachteile, die für den einen oder anderen vielleicht sogar ein Showstopper sein können. Deshalb reden wir heute über die Nachteile. Nachteil Nummer 1, ganz klar die Bildqualität. Die X3 ist nichts für Pixelpapier und zwar ganz egal, ob du Fotos oder Videos machst. Denn der große Nachteil der Kamera, wie gesagt, sie nimmt eine 360 Grad Kugel auf. Bei Videos sind die ganze Kugel aber nur 5,7K. Und dann das Coole an der Kamera, Reframing heißt es, man schneidet sich einen Teil raus, den man zeigen möchte und kann dann eben umdrehen. Und es ist super, super genial, was man damit machen kann. Aber die Auflösung leidet darunter eben. Wie gesagt, 5,7K das ganze Ding. Schneidest du ein bisschen was raus, hast du oft weniger als Full HD. Und auch die 5,7K, die sind eben nicht gestochen scharf, auch das bauartbedingt. Wie gesagt, bester Trade-off zwischen Preis und Leistung. Damit muss man eben leben. Das gilt übrigens auch für den Single-Lens-Modus. Also du kannst auch sagen, du nimmst nur mit einer Linse auf, dann ist die Qualität tatsächlich besser, als wenn du komplett aufnimmst. Aber trotzdem ist sie nicht so gut, wie wenn du, was weiß ich, Smartphone nimmst oder irgendeine andere Kamera. Deshalb mein Tipp, nimm die X3 dann, wenn du eben diese 360-Grad-Effekte brauchst und das Reframing brauchst. Reframing, schweres Wort. Aber sobald du ein Foto oder einen Film aufnehmen möchtest, den du an einer anderen Kamera machen könntest, auch nur, wenn es mit einem Smartphone ist. Nimm das Smartphone, weil da ist die Qualität besser. Also großer Nachteil, Bildqualität. Denn die leidet eben. Bei Fotos kannst du zwar bis zu 72 Megapixel aufnehmen, aber auch das sind keine echten 72 Megapixel. Das lösen, glaub ich, die Objektive gar nicht auf. Auch da gilt es genau das Gleiche wie bei Videos. Wenn du es mit einer anderen Kamera machen kannst, nimm eine andere Kamera. Für Videos habe ich übrigens schon ein Tutorial gemacht, meine perfekten Einstellungen dafür. Da siehst du auch, dass ich zum Schluss die Videos noch durch Topaz Video AI durchschiebe, um sie irgendwie mit AI ein bisschen zu verbessern. Das bringt was. Aber Wunder kann das auch nicht bewirken. Bei Fotos, da habe ich noch kein Tutorial gemacht, könnte ich eigentlich mal machen. Da war es genauso. Auch da kommt ganz viel Software obendrauf, damit sie halbwegs brauchbar sind. Also ich habe da auch schon viel rumexperimentiert. Mein Tipp, nimm HDR, dann mache ich mal ein Tutorial, würde ich sagen. Kommen wir zum Nachteil, wollte ich sagen. Nachteil Nummer zwei. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, den ich gerade eben hatte, wo ich sage, nimm nur die Kamera, wenn du dieses Reframing brauchst oder diese 360 Grad Effekte. Für alles andere nimm eine andere Kamera und dafür ist sie dann doch schon ziemlich teuer. Okay, sie könnte auch nur als Ersatz von der Action Cam durchgehen, allerdings sind die Linse auch ganz schön empfindlich. Ja, es ist eine spezielle Kamera, die dafür, dass sie so begrenzt einzusetzen ist, dann doch nicht gerade ein Schnäppchen ist. Wie gesagt, ich finde sie genial, aber überleg dir ganz genau, ob du diese Effekte tatsächlich brauchst. Denn für alles andere würde ich eine andere Kamera nehmen. Also, Nachstellung Nummer zwei, einfach der Preis. Auch wenn ich sage, sie ist die beste Preisleistung. Nein, ist doch egal. Showstopper sind Preis und Qualität für mich auf jeden Fall nicht. Was aber tatsächlich nervt, die Kamera ist so ja relativ klein. Nein, aber die ganzen Bilder und Videos, die du gesehen hast bis jetzt, konnte ich nur machen, weil ich die Kamera an einem drei Meter langen Selfie-Stick habe. Der ist gerade zusammengeschoben. Das heißt, das Packmaß erhöht sich in der Regel von so auf. Das sieht man gar nicht. So. Und das ist echt brutal groß. Es gibt ja auch kürzere Selfie-Sticks, aber je länger der Selfie-Stick ist, desto coole Effekte kannst du eben machen. Und ich kann jedem nur diesen drei Meter-Stick empfehlen, wenn man damit einfach super, super, super coole Sachen macht. Aber großer, großer Nachteil, Packmaß. Und man hat das Ding halt, also man schraubt es da oben so drauf. Und man hat es natürlich nicht die ganze Zeit in der Hand, ich zumindest nicht. Sondern ich habe es im Rucksack und dann kommt schon dazu, man muss es halt erst rausgraben aus dem Rucksack. Dann braucht man auch immer, wenn man diese Linsen schützen muss, oben noch so einen Schutz drauf, also Schutz abmachen. Dann muss man die Kamera anmachen. So, das dauert auch immer ein bisschen. Hier drauf bleiben und na, 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 na. Und, das ist jetzt gerade ein Vorführeffekt. Ah ne, das ist schon die ganze Zeit. Jetzt ist es ja an auf jeden Fall. Also, das dauert alles eine ganze Weile. Und dann muss man eben auch noch diesen Stick ausziehen, was ich jetzt gar nicht ganz machen kann, weil der Raum zu klein ist. Und das sind alles Dinge, die sich aufsummieren, dass es recht kompliziert ist, damit Fotos und Videos zu machen. Auch wenn der eigentliche Prozess einfacher ist, auch das, was dazugehört, gerade der Selfie-Stick, das könnte durchaus ein Showstopper sein. Und das ist tatsächlich auch der einzige Grund, warum ich die X3 oft nicht benutze, auch wenn ich sie benutzen könnte. Trotzdem muss ich sagen, die X3 ist so gut, dass ich sie deutlich öfter benutze als die X2. Die ist noch 1X2 sogar. Denn, na, einfach das Gesamtding ist schon super bei der X3. Aber, da gibt es einfach keine Lösung dafür. Da muss man durch und das muss man wissen. Die Kamera ist nicht so groß, sondern so groß. Und dann kommt noch dazu, dass es saublöd aussieht, wenn man mit so einem Stick dasteht. Und am Strich muss man also sagen, die Insight 360 X3 ist an sich eine super Kamera, die sich zu sich selber eigentlich auch super bedienen lässt. Durch diese ganze Selfie-Stick-Konstruktion wird es aber doch irgendwie wieder kompliziert und umständlich. Und dafür ist dann halt auch die Qualität nur so. Lala. Bleiben also nur die außergewöhnlichen Blickwinkel, die man durch die 360-Grad-Geschichte machen kann. Und da musst du dich eben fragen, ist das, ist es dir wert oder nicht? Wenn ich ein Video oder ein Foto fertig habe, das ich mit der X3 gemacht habe, bin ich zwar jedes Mal erstaunt. Was für tolle Sachen sich damit machen lassen. Aber um erst mal da hinzukommen, muss ich mich echt erst zwingen, erstens das Ding aus dem Rucksack zu kramen, zweitens mich hinzustellen und so ein Seppel zu machen mit dem Stick. Wobei ich mache das meistens, wo keiner guckt, wenn man echt zu doof ist. Naja, und drittens, ich muss mich dazu zwingen, die Nachbearbeitung zu machen. Gerade bei Videos, wenn man dieses Reframing machen muss, gut, muss man aber bei Fotos machen und dann durch die ganzen KI-Geschichten durchlaufen lassen, damit die Qualität halbwegs stimmt. Das ist schon echt aufwendig. Ich bearbeite meine ganzen anderen Fotos zwar auch, aber hier ist eben noch mal eine ganz, ganz andere Nummer. Also Nachteil Nummer 4, du musst nachbearbeiten und die Nachbearbeitung ist aufwendig. Mehr richtige Nachteile, die ein Showstopper sein können, fallen uns der X3 nicht ein. Also wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis, du musst dir überlegen, ob dir der Aufwand und der Preis eben das Wert ist für diese Effekte, die du mitmachen kannst. Übrigens, Nachteil Nummer 1, die Bildqualität kannst du mit der, hier haben wir es, der Insta360 One RS und dem 1-Zoll-Modul deutlich verbessern, wirklich deutlich verbessern. Vor allem auch bei schlechtem Licht merkt man einen großen Unterschied, der hat einen größeren Sensor, aber das Ding hat generell viele andere Nachteile. Bedienung, Größe, Gewicht und auch Preis. Wozu gesagt haben. Aber dieses Video soll nicht um die One RS gehen, sondern um die X3. So, jetzt überleg mal, ob die Kamera was für dich ist oder nicht. Ich bin gespannt. Kommentier unten drunter mal, was du über die X3 denkst. Ich bin echt gespannt. Außerdem, wie gesagt, ich finde sie super. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Da kommt bestimmt mal wieder was über diese Kamera. Ah, ich habe schon gesagt, ich will ein Tutorial machen, wie ich meine Fotos damit mache. Hier gibt es eine ganze Playlist zur X3. Hier gibt es mein letztes Video und dann sind wir sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.